Max, na wie geht's, wie steht's? Alles gut? Na Patrick, ja mir geht's sehr gut. Und dir? Mir geht's auch ganz gut, muss ich sagen. Ich hab ein bisschen schlecht geschlafen. Ganz gut. Ja, ich hab ein bisschen schlecht geschlafen und bei uns in der Bude ist es mega heiß. Also wir sind ja frisch umgezogen und jetzt kommen die sommerlichen Tage und jetzt merkt man, dass das hier alles nicht wirklich gut isoliert ist. Und wir haben jetzt schon hier in der Wohnung 28 Grad oder so und es hat sich ja nicht mehr wirklich aufgehitzt. Jetzt regnet's grad ein bisschen. Kann sein, dass ihr vielleicht auch das Klimpern auf dem Dachspeicher hört. Aber ja, abgesehen davon geht's mir gut. Wie geht's dir? Hab ich das grad schon gefragt, ne? Da kommt die Müdigkeit, Max. Das ist ja warmes, dass ihr das vielleicht ein bisschen auf das Gemüt schlägt, aber ist ja okay. Mir geht's immer noch sehr gut. Es hat sich nichts verändert in den letzten 30 Sekunden. Von daher passt das. Aber abgesehen davon, ich hatte tatsächlich überlegt, ob ich es heute auch mal so ein bisschen menscheln lasse, ein bisschen aus meinem Privatleben erzähle, ein bisschen humoristischer anfange. Aber, dann hab ich mich selber mahnt, bei diesem Fall passt das eigentlich nicht. Also hier sollte man wirklich mit dem nötigen Respekt und der Ernsthaftigkeit rangehen. Ein Fall, wo ich ehrlich sagen kann, dass der mich eigentlich von den letzten Fällen mit am meisten bewegt hat. Also ein sehr heftiger Fall, sehr aktuell auch, 2018, 2019 passiert. Patrick, worum geht das heute? Ich möchte mich erstmal deiner Aussage gerade anschließen, weil normalerweise gucke ich auch keine Dokumentationen zu Fällen und oftmals behandeln wir auch nicht so aktuelle Fälle. Und wenn man wirklich die Familienmitglieder sieht, wie sie über ihren Sohn sprechen, das geht einem schon sehr, sehr nah. Aber ja, es geht heute um Christian Morgenstern, einen Jungen, der in der Silvesternacht von 2018 auf 2019 spurlos verschwindet, Hinweise und Fragen hinterlässt, die nicht nur die Ermittler, sondern auch die Familie beschäftigen. Die Familie noch mehr, weil die Polizei diesen Fall relativ schnell als Selbstmord abgestempelt hat. Und das, obwohl es Hinweise und merkwürdige Ereignisse gibt, die vielleicht auf eine andere Theorie hinweisen. Und dieser Theorie ist die Familie danach gegangen und sie sind auf viele fragwürdige Dinge gestoßen, die sich aber auch erst mit der Zeit offenbart haben. Und ja, wir werden den Fall heute von Anfang bis Ende aufrollen und euch up to date bringen. Weil es gibt auch Informationen, die erst im Mai an die Öffentlichkeit getreten sind, die den Fall vielleicht sogar nochmal in ein ganz anderes Licht drücken. Ja, aber bevor wir den Fall hier vorweggreifen, würde ich sagen, gehen wir einfach in die Falldarstellung. Die ist heute auch mal wieder zurück, weil hier war es angebracht. Ein relativ komplexer Fall, der auch nur an einem Tag stattgefunden hat. Und wir werden in dieser Falldarstellung erstmal die Gegebenheiten und den Ort preisgeben. Hast du noch was zu sagen, Max? Ansonsten würde ich sagen, Ton ab. Ton ab. Der heutige Fall spielt sich in Leisnig, Sachsen, einem ruhigen 8000-Seelen-Dorf ab. In den sogenannten Neu-Beverly-Hills wohnen Dirk, Susanne und ihre drei Kinder, Christian, Elias und Sarah in einem großzügigen Haus. Dirk ist selbstständig, er ist Geschäftsführer einer Baufirma und auch kommunalpolitisch aktiv. Er sitzt im Stadtrat für die CDU. Ihre zwei älteren Kinder, Sarah und Christian, sind schon ausgezogen. Christian, um den es heute auch gehen wird, studiert Landschaftsarchitektur und Umweltplanung im 110 Kilometer entfernten Bernburg. Dort hat er eine Zwei-Zimmer-Wohnung, die seine Eltern ihm finanzieren. Er genießt das Studentenleben, geht gerne feiern und ist extrovertiert, weswegen viele ihn kennen und mögen. Auf Videoaufnahmen hat er immer ein Lächeln auf den Lippen und albert rum, sei es alleine oder mit Freunden. Die Weihnachtstage stehen an. Und in der Familie Morgenstern ist es wie bei vielen anderen Traditionen, diese gemeinsam zu verbringen. Vier Tage vor Heiligabend macht Christian sich auf den Weg nach Hause, um aus dem Alltag auszubrechen und das manchmal stressige Studentenleben für ein paar Tage hinter sich zu lassen. Aber Christian hängt nicht zu Hause rum und stellt sein Leben nicht auf Leerlauf. Er hat einen straffen Terminkalender. Zuerst fährt er nach Dresden, um dort mit seinem Cousin auf ein Konzert zu gehen. Und danach fahren sie gemeinsam nach Tschechien, um dort für einen Tag Ski zu fahren. Von der weiß gemalten Landschaft schickt er seinen Eltern Fotos, Momentaufnahmen, die sie teilhaben lassen sollen. Und diese Geste steht auch symbolisch für die Familienverhältnisse. Sie verstehen sich gut, sie sind ein Team, das gerne beisammen ist und zusammenhält. Die vier Tage bis Heiligabend vergehen schnell. Am Stichtag essen und singen sie gemeinsam und beschenken sich. Christian ist ein Familienmensch. Die Eltern beschreiben ihn als hilfsbereit. Aber er ist nicht nur für die Familie da, sondern auch für seine Freunde und andere Mitmenschen. Susanne Morgenstern beschreibt das Weihnachtsfest als schön. Sie haben viel gesungen und sind auch zusammen in die Kirche gegangen. Christian liebt es zu schlafen und hat gerne ausgeschlafen. Wobei die Aktivität nach den Weihnachtstagen dem Ganzen entgegensteht. Denn Christian ist auf einer vier Tage Lahnparty, auf der es so gut wie keinen Schlaf und viele Energydrinks gibt. Insgesamt sind sie zu acht. Alles alte Freunde, die mal wieder ein wenig Zeit zusammen verbringen und über alte Zeiten quatschen wollen. Das Zocken kommt dabei trotzdem nicht zu kurz. Sie haben viel Spaß, eine coole Zeit. Die Nächte vergehen wieder schnell, ohne viel Schlaf. Dirk Morgenstern sieht seinen Sohn das letzte Mal an dem Tag, wo Christian seinen PC abgebaut hat und auf zur Lahnparty ist. Er hilft ihm sogar noch den PC in den Wagen, einen Golf zu laden. Seine Mama verabschiedet ihn einige Minuten zuvor auf der Treppe, die in den ersten Stock zu Christians ehemaligen Kinderzimmer führt. Das war gegen 17 Uhr am 28. Dezember 2018. Am 31. Dezember bringt er seinen PC wieder gegen 18 Uhr zurück nach Hause. Seine Eltern sind aber nicht mehr da. Er selbst auch nur kurz. Denn nachdem er unter die Dusche gesprungen ist und sich fertig gemacht hat, geht er zu einer Silvesterparty nur ein paar hundert Meter entfernt. Eingeladen sind 25 andere. Auf dem Weg dorthin versucht er seinen Papa anzurufen. Denn er hatte vergessen, ihm auf eine Nachricht zu antworten, die er ihm schon vor ein paar Stunden geschrieben hatte. Dirk hatte seinen Sohn per SMS gefragt, ob er Lust hätte, mit ihm in den Sommerurlaub zu fahren. Und Christian wollte ihm zusagen. Aber der Vater ging nicht dran. Erst später, gegen 21.03 Uhr, als die Party schon im vollen Gange ist, erreicht Dirk Christian. Es ist ein kurzes Gespräch, in dem Christian dem Urlaub zusagt. Er weiß, dass sein kleiner Bruder sich freuen wird. Denn es ist immer langweiliger, alleine mit seinen Eltern im Urlaub zu sein, als zusammen mit seinem großen Bruder, der einen bespaßen kann. Ältere Semester würden die Silvesterparty wahrscheinlich als Umtrunk bezeichnen. Sie genossen die Zeit, tranken und redeten über allerlei Themen. Christian selbst war eher der Zuhörer, konnte aber auch enthusiastisch sein, wenn es um Themen ging, für die er brannte. Wie zum Beispiel die Umwelt, Politik oder allgemein philosophische Fragen. Smalltalk war nicht zu seins. Gegen 23.30 Uhr geht die Gruppe gemeinsam zum Marktplatz. Sie wollen das neue Jahr unter Menschen begrüßen. Um kurz vor 12 geht der Countdown im Chor los und die ersten Raketen erreichen das Himmelszelt verfrüht. Zuerst stoßen alle miteinander an und liegen sich in den Armen. Dann beobachten sie das künstlich geschaffene Menschenspektakel. Doch Christian hat weniger Augen dafür, als für eine alte Freundin. Die beiden küssen sich auch. Um 2 Uhr verlässt die Gruppe den Marktplatz wieder. Auf dem Weg zum Haus des Freundes, wo sie den Abend auch gestartet haben, treffen Christian und die Freundin, die sich ein wenig zurückfallen lassen haben, auf ein älteres Ehepaar. Der Mann kann nicht mehr richtig gehen und Christian bietet ihm sofort seine Hilfe an, ihn zu stützen und nach Hause zu bringen. Das Paar nimmt an und bedankt sich, als sie über eine Fußgängerbrücke gebracht wurden. Die Frau steckt Christian sogar noch 5 Euro zu, bevor sie getrennte Wege gehen. Denn den restlichen Weg schaffen sie alleine, beteuert die alte Frau immer wieder. Später sagt sie auch noch aus, dass Christian überhaupt nicht betrunken gewirkt hat. Wenn überhaupt, dann war er nur angetrunken. Christian und die Freundin gehen wieder zurück auf die Party. Und da ist alles wie zuvor. Es wird getrunken, gequatscht und eine gute Zeit gehabt. Die Freunde von Christian sagen, dass er vielleicht 5 oder 6 Flaschen Bier über den ganzen Abend hinweg getrunken hat. Vielleicht etwas alkoholisiert, aber noch absolut zurechnungsfähig. Es gab keinen Streit, keinen Drogenmissbrauch oder sonstiges. Doch plötzlich, um 3 Uhr 45, steht Christian mit gepackter Tasche an der Haustür und will die Party verlassen, obwohl er eigentlich geplant hatte, bei dem Freund zu schlafen. Schläfst du nicht hier? Wird er gefragt. Nein, ich mach jetzt nach Hause, antwortet Christian und verlässt die Party. 3 Mädchen hatten noch gesagt, er soll auf sie warten, weil sie auch in die gleiche Richtung gehen müssen. Aber darauf hörte er nicht. Es wirkte für die Freunde so, als würde er unter Zeitdruck stehen. Es ist ein 7-10 Minuten Fußweg bis zum Haus in den Neu-Beverly Hills, das doppelt abgesichert ist, durch eine Mauer und einen Zaun. Als Christian dort ankommt, stellt er seine Tasche an dem Ort ab, wo er sie immer abstellt, nämlich am Carport des Hauses. Was dann passiert und was Christian dann macht, weiß man nicht so genau. Eigentlich ging man davon aus, dass er schlafen gegangen ist. Aber um 4.05 Uhr macht eine Sicherheitskamera eines nahegelegenen Rebes eine merkwürdige Aufnahme. Ein Mann, der auf sein Handy guckt, geht dort entlang. Dieser Mann ist Christian Morgenstern und er verschwindet im Dunkeln der Nacht. Ja, vielen Dank Patrick für diese ausführliche Falldarstellung. Liebe Leute, ihr seid jetzt alle im Bilde. Also, dieser Neujahrsmorgen, der 1.1.2019. Christian Morgenstern verschwindet in dieser Nacht. Jetzt machen wir einen kleinen Sprung, begeben uns zum Haus der Morgensterns in Leisnig. Es ist um die Mittagszeit und zu diesem Zeitpunkt gehen die Morgensterns, Dirk und Susanne Morgenstern, eigentlich davon aus, dass ihr Sohn Christian oben im Zimmer schläft. Sie haben vorher im Carport des Hauses, also dort, wo das Auto geparkt wird, Christians Sporttasche gefunden. Ein Ort, an dem er eigentlich regelmäßig seine Sporttasche abgestellt hat, wenn er eben vom Sport wiederkam. Das war also nichts Ungewöhnliches. Das Ganze wirkte so, als wenn er einfach irgendwann in der Nacht nach Hause kam, seine Tasche dort abstellte und sich dann zum Schlafen hingelegt hätte. Um 12.45 Uhr klingelt das Telefon. Dran ist ein Mann, der sagt, er hätte kurz zuvor Gegenstände von Christian Ausweisdokumente auf einer Fußgängerbrücke bei Fischendorf gefunden. Das hat die Morgensterns natürlich sehr verwundert. Christian galt als sehr zuverlässig. Dirk Morgenstern geht also hoch, möchte im Zimmer nach Christian nachschauen, ob der vielleicht seinen Rausch ausschläft. Aber Christian ist nicht da. Die Verwunderung ist also groß. Die Eltern machen sich ab jetzt natürlich Sorgen. Und sie fahren dann zu diesem Ort, zu diesem Fundort erstmal hin, schauen sich das an. Der Mensch, der die Sachen gefunden hat, zeigt ihnen, wo was lag. Was sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht wissen, ist, dass ein anderer Passant kurz zuvor gegen 9 Uhr ebenfalls die Jacke von Christian Morgenstern gesehen hat. Also dort lag die Jacke, hat sie aber nicht aufgehoben, ist weitergegangen. Und dieser andere Passant hat diese Sachen dann gefunden, gegen 11.30 Uhr die Jacke angehoben. Und hat darunter die Sachen von Christian gesehen, den Studentenausweis, die Krankenkassenkarte. In der Jacke selber steckte der Fahrzeugschein und der Schlüsselbund von Christian. Und in der Jacke steckte auch noch der 5-Euro-Schein. Ich weiß nicht, ob du das schon erwähnt hattest, Patrick, dass Christian ja, als er dieses ältere Ehepaar nach Hause begleitet hat in der Silvesternacht, dass ihm die Frau da 5 Euro zugesteckt hat. Und diese waren immer noch in der Jacke. Zu diesem Zeitpunkt hat Susanne Morgenstern schon ein ziemlich ungutes Gefühl. Sie war nämlich der Ansicht, das hat sie später auch gegenüber der Presse gesagt, dass das alles irgendwie fingiert wirkte. Also als wenn die Sachen bewusst irgendwie angeordnet platziert wurden, um es so aussehen zu lassen. Als wenn Christian womöglich an dieser Stelle von der Brücke in die Mulde gesprungen ist. Also der Fluss, der dort geflossen ist durch die Stadt Leisnig. Die Brücke ungefähr siebeneinhalb Meter hoch, sieben Meter dreißig glaube ich ganz genau. Das Wasser zwei bis drei Meter. Eigentlich auch nicht ein Ort, den man für Selbstmord sich hätte aussuchen können. Oder besser gesagt, der nicht so effizient gewesen wäre. Das stand natürlich direkt im Raum. Die Sorge war groß, dass Christian hier vielleicht irgendetwas passiert ist. Die Eltern haben herumtelefoniert, haben im Bekanntenkreis telefoniert. Bei den Freunden, bei den Christian die Silvesternacht verbracht hatte in diesem Partyraum. Aber niemandem ist eigentlich etwas aufgefallen. Sie haben erzählt, dass Christian, der ja eigentlich dort schlafen wollte, gegen 3.45 Uhr plötzlich aufgebrochen wäre. Etwas wirkte, als wenn er unter Zeitdruck stand. Er hat nicht mal auf drei Freundinnen gewartet, die einen ähnlichen Nachhauseweg hatten. Also der Nachhauseweg hat sich zum Teil überschnitten. Er ist einfach plötzlich aufgebrochen, ist losgegangen. Und er muss, so wirkte es ja, zuerst nach Hause gegangen sein, um die Tasche abzustellen. Also die Morgensterns haben hinterher auch in Interviews klargestellt, es kann eigentlich nur Christian gewesen sein. Es ist schwierig, sich Zugang zu verschaffen. Es gibt einen Zaun, es gibt eine Mauer. Der Carport scheint doch abgeschlossen zu sein. Und aus bisher unbekannten Gründen scheint Christian dann wieder losgegangen zu sein. Und Patrick, du hattest ja in der Falldarstellung auch erwähnt. Es gibt dieses ominöse Foto von einem jungen, großgewachsenen Mann vor Rewe. Also Christian war 1,87 Meter groß. Dieser Mann auf dem Bild hat ein Handy in der Hand. Und die Eltern sind der Meinung, das war Christian. Genau, das muss man vielleicht auch ganz kurz betonen. Ich hatte das in der Falldarstellung so dargestellt, als wenn es auf jeden Fall Christian war. Die Familie sagt es und ich würde sagen, den Einschätzungen der Familie kann man auch Glauben schenken. Aber nur zur Richtigkeit, es ist nicht Fakt, dass es wirklich Christian Morgenstern war. Ja, aber die Eltern gehen halt davon aus, also die Wahrscheinlichkeit ist auf jeden Fall gegeben. Ja, wie gesagt, Christian war verschwunden. Die Eltern machen sich Sorgen. Die Mutter hat selber auch in der Stadt gesucht. Es gab da so bekannte Aussichtsplattformen, wo Christian sich öfters aufhielt. Aber auch dort war er nicht. Und dann hat man die Polizei angerufen. Die Polizei war dann vor Ort, war auf dieser Brücke, hat sich alles angeschaut. Und ist eigentlich nicht von einem Verbrechen ausgegangen, was man zu diesem Zeitpunkt eigentlich sogar nachvollziehen kann. Also ja, Silvesternacht, die Menschen sind betrunken. Christian ist ein junger, gesunder Mann. Vielleicht ist er also einfach freiwillig irgendwo verschwunden, ist erstmal abgetaucht, irgendwo versackt. Also man ist nicht direkt von einem Verbrechen ausgegangen. Das Problem bei der Sache, aufgrund dessen hat man nicht die Spurensuche herbeigerufen. Man hat also nicht untersucht, ob auf dieser Brücke möglicherweise Fingerabdrücke wären, Faserreste, Blutspuren. Das war alles unbekannt zu diesem Zeitpunkt. Dadurch, dass man nicht von einem Verbrechen ausging, hat man auch keine Funkzellenabfrage gemacht. Also Funkzellenabfrage, das bedeutet, man schaut sich an, welche Nummern zu einem bestimmten Zeitpunkt in einer bestimmten Funkzelle eingeloggt waren. Das hat man hier nicht gemacht. Man hat stattdessen Christians Handy geortet und hat herausgefunden, dass dieses zuletzt um 4.21 Uhr in einer Funkzelle eingeloggt war, zu der auch diese besagte Fischendorfer Brücke gehörte. Das war zu diesem Zeitpunkt so das letzte Lebenszeichen. Die Polizei ist offenbar von einem Suizid ausgegangen. Womöglich wäre Christian ins Wasser gesprungen von dieser Brücke. Aber nochmal, die Familie Morgenstern hat das eigentlich von Anfang an verneint. Das wäre überhaupt nicht plausibel. Direkt nebenan verliefen Schienen. Also die Bahn ist dort langgefahren. Eine Möglichkeit, sich das Leben zu nehmen, auf sichere Art und Weise. Es gab auch hohe steile Felsen in der Nähe. Auch dort hätte man runterspringen können. Und wie gesagt, die Brücke nur in Anführungszeichen 7,30 Meter hoch, das Wasser 2 bis 3 Meter tief. Also wenn man sich halt umbringen wollen, dann wäre das nicht die sicherste Methode gewesen. Man hat dann die Mulde abgesucht, aber nur bis zu einem Punkt, der 350 Meter von der Brücke entfernt lag. Dort befand sich nämlich ein sogenannter Wehr, also eine Stauanlage, die den Flusslauf reguliert hat. Es ging zwar so direkt nicht aus den Zeitungsartikeln hervor, aber das Ganze wirkt ja so, als wenn die Polizei, die diese Suche durchgeführt hat, eigentlich davon ausging, dass ein menschlicher Körper diesen Wehr nicht hätte passieren können. Also das ist die einzige Begründung, die ich mir vorstellen kann, wieso man nicht weitergesucht hat. Die Mulde verläuft ja viele, viele Kilometer noch weiter. Man hat aber nicht weitergesucht, sondern wie gesagt bloß bis zu diesem Wehr. Die Suche war recht umfangreich, es wurden Hubschrauber eingesetzt, Taucher, Schlauchboote mit Sonar, die Familie Morgenstern hat über 2000 Flyer gedruckt, um nach ihrem Sohn zu suchen, aber es gab keine Spur. Die Polizei, die wie gesagt sehr stark an dieser These des Suizids festhielt, die hat dann den PC von Christian untersucht, um zu schauen, ob dort vielleicht mögliche Hinweise auf ein suizidales Verhalten nachvollziehbar wären. Dann hat er vielleicht nach diesen Themen gesucht, hat er sich in Foren aufgehalten, die mit dem Thema Suizid zu tun haben. Aber das war nicht der Fall. Die Familie hat auch ganz klargestellt, Christian war überhaupt nicht depressiv veranlagt, hat nichts irgendwie nach außen gezeigt in diese Richtung. Die Schwester, zu der er ein sehr gutes Verhältnis hatte, hat auch gesagt, über Weihnachten wirkte Christian völlig normal. Es gab, wenn überhaupt, bloß einen einzigen Grund, weswegen Christian ja etwas betrübter hätte sein können und das war, dass vier Monate vor seinem Verschwinden sein Freund, nach manchen Quellen sein bester Freund, verstorben ist. Der wohnte in Leipzig, ist dort von einem Fahrzeug angefahren worden, von einem Fahrzeug mit gestohlenem Kennzeichen und der Fahrer hatte Fahrerflucht begangen. Ja, wie gesagt, der Freund hat tödliche Verletzungen erlitten und ist vier Monate vor dem Verschwinden gestorben. Aber offenbar hatte das auf Christian nicht die Auswirkungen, die zu einem Suizid hätten führen können. Und Patrick, wir hatten ja auch im Vorgespräch dieses Thema heiß diskutiert. Man kann einem Menschen eigentlich nur bis vor dem Kopf schauen. Und ja, es gibt viele Menschen, die wirklich eine große Last zu tragen haben, die vielleicht depressiv sind und denen man es null anmerkt. Aber ich persönlich denke mir halt so, wenn man es vielleicht auch nicht seinem direkten Umfeld anvertraut, also Stichwort digitaler Beichtvater, dass man überhaupt null bei Google im Internet irgendwelche Spuren in der Art hinterlässt, die darauf schließen lassen könnten, dass man Probleme hat. Dass man, ich weiß nicht, vielleicht traurige Musik hört, dass man googelt nach Themen wie Suizid, dass man das nicht macht, obwohl man depressiv ist. Ich weiß nicht, kannst du dir das vorstellen? Ja, genau, wie du schon gesagt hast, wir hatten das heiß diskutiert, was mir für ein Gedanke noch gekommen ist, dass Christian war ja sehr PC-affin. Also der hat eine LAN-Party veranstaltet und da denke ich mir, eventuell hat er ja auch seine Spuren selbst vernichtet. Also man kann ja inkognito surfen oder man kann seinen Browser-Verlauf löschen. Wer weiß, ob er das vorher nicht vielleicht schon gemacht hat. Vielleicht sogar mit dem Gedanken hin, wenn er sich umbringt, dass die Menschen nicht sehen, mit was er sich dann beschäftigt hat. Das ist die einzige Version, wie es erklärt werden könnte. Aber ansonsten schließe ich mich da vollkommen an. Also sollte er das nicht gemacht haben, also den Browser-Verlauf gelöscht haben, dann sollte man eigentlich, wenn er Selbstmord begangen hat, irgendwelche Hinweise darauf finden. Weil jeder, der sich mit so Themen beschäftigt, der informiert sich da. Oder vielleicht um Gleichgesinnte zu finden, vielleicht ja auch wirklich um Selbstmordmethoden, so sensibel wie das Thema ist, herauszufinden. An dem Punkt sollte man sagen, falls ihr solche Gedanken habt, Suizidale, dann sucht euch auf jeden Fall Hilfe. Euch kann geholfen werden. Das hört sich immer so pathetisch an, aber es ist so. Mittlerweile ist die Psychotherapie und auch psychologische Hilfe sehr gut. Und ja, das nur kurz dazu noch. Ja, finde ich einen sehr wichtigen Hinweis. Vielen Dank. Also du hast natürlich recht, diese Suizidthese, auch wenn sie den Eltern unplausibel erscheint, zu diesem Zeitpunkt ist sie überhaupt nicht ausgeschlossen. Ich hatte jetzt erwähnt, was man bei den Gegenständen von Christian gefunden hatte, die unter dieser Jacke lagen. Was ich nicht erwähnt hatte, ist, welche Gegenstände man nicht gefunden hat. Das waren Christians Handy, sein Portemonnaie mit 200 Euro Bargeld drin und die IC-Karte. Also alles Gegenstände, die irgendwie ja entweder selbst einen Wert besitzen oder zumindest Wert, ich sag mal, transferieren können. Diese Sachen haben gefehlt. Und ganz entscheidend, was die Familie auch daran hat zweifeln lassen, dass diese Sachen wirklich von Christian selber abgelegt wurden. Am Neujahrsmorgen, früh am Morgen, hat es sehr stark geregnet in Leisnig. Aber die Jacke, die gefunden wurde, die war fast trocken. Also das sprach aus Sicht der Eltern dafür, dass sie ja vielleicht während des Regens sich irgendwo anders auffiel, geschützt war und erst später dann dort platziert wurde. Wie dem auch sei, die Eltern haben, wie gesagt, sich mit dieser Suizidthese nicht anfreunden können, haben das überhaupt nicht irgendwie für plausibel gehalten. Am 7. Januar haben die Morgensterns dann Strafanzeige gestellt, wegen des Verdachts einer Straftat gegen das Leben und die Gesundheit von Christian Morgenstern. Das war auch eine formale Sache, weil das die Voraussetzung dafür war, dass endlich weitergehende Ermittlungen durchgeführt werden. Also sozusagen die Ermittlungsbehörden gezwungen werden, hier mehr zu unternehmen, als sie bisher getan haben. Es wurde dann tatsächlich ermittelt, auch wenn die Staatsanwaltschaft Chemnitz das Ganze etwas anders gesehen hat und es sind doch einige recht interessante neue Erkenntnisse hervorgekommen. Unter anderem, dass Christians Konto quasi leer war. Christian hatte ein Ausbildungskonto gehabt, also ich glaube, ich stelle mir das so vor, ich hatte das auch, meine Großeltern haben für mich in der Zeit, in der ich herangewachsen bin, ein Konto angelegt, haben da immer regelmäßig Geld eingezahlt und das soll halt meiner Ausbildung irgendwann mal zugute kommen. Und ich dachte, ich habe mir das so vorgestellt, dass es bei Christian ähnlich war. Zwei Jahre vor seinem Verschwinden wurde das aufgelöst, also als er ungefähr 18 Jahre alt war, zu einem Zeitpunkt, als sich auf dem Konto etwa 10.500 Euro befanden. Christian galt als äußerst sparsam und er hat von seinen Eltern auch eine Wohnung finanziert bekommen, hat regelmäßig monatlich Geld überwiesen bekommen. Das heißt, die Eltern konnten sich überhaupt nicht erklären, was mit diesem Geld passiert ist. Und ganz wichtig, das haben wir ja auch schon diskutiert, Patrick, es wurde in den Quellen, die wir gefunden haben, ja auch keineswegs in irgendeiner Art und Weise angedeutet, was mit dem Geld passiert ist. Wir dachten uns, wenn die Polizei bei den Banken anfragt, ermittelt und herausfindet, dass da Geld auf dem Konto fehlt, dann muss man eigentlich auch sehen können, was passiert ist. Wurde es überwiesen? Hat man sich etwas gekauft? Hat man ja Internetbestellung getätigt? Wurde es vielleicht abgehoben? Wurde es auf einmal abgehoben oder haben regelmäßig Zahlungen stattgefunden? Das ist alles nicht bekannt. Was aber bekannt ist, ist, dass laut Christians Handyrechnung am 1. Januar, also am Neujahrsmorgen, um 7.32 Uhr noch eine Datenverbindung bestand von seinem Handy. Was genau das bedeutet, das weiß ich nicht. Wir haben ja gehört, dass um 4.21 Uhr das letzte Mal sein Handy in einer Funkzelle eingeloggt war. Aber, so wird es in Quellen wiedergegeben, um 7.32 Uhr an diesem Morgen hatte Christians Handy das letzte Mal eine Datenverbindung. Das heißt, wenn er tatsächlich ins Wasser gesprungen sein sollte, dann war er zu diesem Zeitpunkt noch nicht im Wasser, oder besser gesagt, sein Handy hätte noch nicht im Wasser gelegen, denn sonst hätte es keine Datenverbindung haben können. Ja, das war so alles, was man zu diesem Zeitpunkt wusste. Und dann, so etwa 5 Wochen nach dem Verschwinden, am 6. Februar 2019, die traurige Gewissheit, Taucher entdecken die Leiche von Christian Morgenstern. Etwa 15 Kilometer flussabwärts, also irgendwie muss sie durch diesen Wehr durchgekommen sein, den ich vorher erwähnt hatte. Die Leiche befand sich in Bauchlage und hatte sich in einigen Ästen verhakt. Was fand man bei dieser Leiche? Bei der Leiche war das Handy von Christian, das konnte man identifizieren, weil es eine sehr markante Drachenschutzhülle hatte. Und das war's. Es fehlte weiterhin die IC-Karte, das Portemonnaie und auch Christians Armbanduhr. Die Leiche wurde natürlich untersucht. Eine Gerichtsmedizinerin hat geschaut, was ist die Todesursache, wann ist Christian Morgenstern verstorben. Es wurde festgestellt, der Tod muss durch Ertrinken stattgefunden haben, und zwar am 1. oder 2. Januar. Und der Körper weist keinerlei Spuren auf, die auf irgendeine Art von Fremdeinwirkung hindeuten. Es gäbe keine Verletzung. Man fand auch keine Spuren von Drogen im Körper, sondern lediglich einen geringen Wert von Alkohol. Ja, das waren so die Erkenntnisse. Und jetzt sind bei den Eltern die Fragezeichen natürlich noch größer geworden. Also erstmal natürlich, warum fehlen immer noch die IC-Karte, das Portemonnaie und vor allem auch die Armbanduhr? Das ist eigentlich nicht wirklich in Einklang zu bringen mit der Suizidtheorie, dass Christian in den Fluss, in die Mulde gesprungen wäre und dann mit dem Strom weitergetrieben ist. Denn der Körper hätte eigentlich spezifische Verletzungen aufweisen müssen, die man von Wasserleichen kennt. Also ich habe extra nochmal nachgeschaut. Es gibt sogenannte Treibspuren. Es ist so, wenn ein toter Körper im Wasser liegt, dann ist das sehr oft so, dass er sich in Bauchlage befindet. Die Extremitäten und der Kopf hängen hinunter und schleifen entweder am Grund oder stoßen halt gegen Hindernisse. Und ja, das erzeugt ein spezifisches Verletzungsbild von sogenannten Treibspuren, also Schleifspuren. Das heißt, das Gesicht, die Rücken der Hände, die Knie und auch die Zehen, die stoßen eigentlich regelmäßig gegen Hindernisse. Und ja, wenn man nach diesen unappetitlichen Bildern googeln möchte, Wasserleichen, dann sieht man da recht deutlich dieses Verletzungsmuster, diese sogenannten Treibspuren. Und die hatte Christian offenbar nicht. Und das war aus Sicht der Eltern doch sehr seltsam. Also viele Fragen zu diesem Zeitpunkt. Dann haben die Eltern es geschafft, über eine Ersatz-SIM-Karte von Christians Handy alte Nachrichten zu lesen. Nachrichten aus einem Zeitraum von Oktober 2015 bis März 2018. Und da haben sie neue Informationen erhalten, die sie sehr verwundert haben. Denn aus den Nachrichten ging hervor, dass Christian in irgendeiner Art und Weise mit Drogen, genauer gesagt mit Marihuana, zu tun hätte. Also in den Quellen ist das auch so ein bisschen nebulös ausgedrückt. Da heißt es, es ist von Fahrten die Rede von Abnehmern. Und womöglich wäre Christian da in eine Sache geraten, aus der er nicht mehr hinauskam. Also das war den Eltern überhaupt nicht bekannt. Aber ganz wichtig, in den Quellen wird auch direkt klargestellt, dass die Mengen, die dort in den Nachrichten angegeben werden, eigentlich zu gering waren für ein weitläufiges Dealen von Drogen, sage ich mal. Also das schien nicht der Fall zu sein. Diese Nachrichten wurden offenbar auch nur mit einer Person ausgetauscht. Eine Person, die auch in den Zeitungsartikeln, allen voran natürlich der Artikel vom Stern, der sei hier jedem empfohlen. Diese Person wurde dort nicht benannt. Also es heißt, dass man aus rechtlichen Gründen weder das Geschlecht noch den Namen dieser Person nennen darf. Ja, und das waren eigentlich so alle bekannten Fakten. Also Christian Morgenstern wurde leider tot aufgefunden, ist laut Obduktion ertrunken am 1. oder 2. Januar. Und das hat eigentlich die Polizei soweit bestärkt, dass er sich umgebracht hat. Aber die Eltern wollten sich damit nicht zufrieden geben. Sie haben über einen Anwalt Akteneinsicht beantragt und dabei dann doch erschütternde neue Details erfahren. Patrick, klär uns auf. Um welche Details handelt es sich? Welche neuen Erkenntnisse haben die Morgensterns gewonnen? Ja, man muss sich vielleicht nochmal ganz kurz die Situation vorstellen. Also du hast jetzt gesagt, das ist eigentlich die gesamte faktische Lage, die es zu dem Zeitpunkt gab. Und die Polizei blieb trotzdem weiterhin bei ihrer Theorie, dass es sich um einen Selbstmord handelt. Die Familie hat Akteneinsicht angefordert durch einen Anwalt und glaubt immer noch nicht daran, dass Christian sich selbst umgebracht hätte. Und gerade wenn man sich ins Gedächtnis ruft, also was alles vorher passiert ist und was jetzt schon gefunden wurde zu dem Zeitpunkt. Also Christian war vorher sehr aktiv, der hat das Studentenleben genossen. Als er dann nach Hause gekommen ist, ist er mit seinem Cousin noch nach Tschechien gefahren, war vorher noch auf einem Konzert, danach auf einer Lahnparty. Jeder hat ihn als freudig wahrgenommen. Da sind wir wieder bei dem Punkt, man kann Menschen nur vor den Kopf gucken, aber die Indizien und Hinweise deuten eigentlich darauf hin, dass es Christian gut gegangen ist. Und dazu kommt ja auch noch, dass er Zukunftspläne gemacht hat. Also er wollte mit der Familie in den Sommerurlaub fahren. Er wollte mit seinem Bruder da zusammen Spaß haben und ihn nicht alleine lassen. Und dazu kommt ja noch all das, was du gerade schon genannt hast. Also alle Sachen, die von irgendeinem Wert waren, sind immer noch verschwunden. Das Handy hatte nochmal eine Datenverbindung. Es gab keine Treib- bzw. Schleifspuren an der Leiche von Christian. Das Überwinden des Wehrs ist für mich auch etwas sehr, sehr Merkwürdiges. Das sieht man auch in der TV-Now-Doku sehr gut, dass die Öffnung wirklich minimal ist bzw. unter dem Wehr, da kommen fast keine Sachen durch. Und rechts und links in der Dokumentation zu sehen, liegen auch kleinere Baumstämme, die im Vergleich zu der Leiche von Christian eigentlich genauso groß sind. Und trotzdem glaubt die Polizei immer noch, dass es sich um einen Selbstmord handelt. Durch die Akteneinsicht hat die Familie sich dann auch bestärkt gefühlt. Wahrscheinlich, weil die sich auch nochmal all die Informationen, die ich gerade aufgezählt habe, ins Bewusstsein gerufen hat. Und bei diesen Ermittlungen, die sie dann selbst gemacht haben, private Ermittlungen, da sind sie auf brisante Informationen und Hinweise gestoßen, die den Selbstmord tatsächlich ihren Aussagen nach infrage stellen. Am besten fangen wir mal mit der Wahl des Ortes an, an dem Christian sich nach der Theorie der Polizei umgebracht haben soll. Die Fischendorfer Brücke. Also das ist die Brücke, auf der auch die Jacke und die Ausweisdokumente von ihm gefunden wurden. Die Brücke ist gerade einmal sieben Meter hoch und der Stand des Flusses war hoch genug, als dass man nicht mal den Grund berühren würde, wenn man aus sieben Meter Höhe runterspringt. Also das wurde auch getestet, es ist nicht hoch genug, um sich ernsthaft zu verletzen. Gehen wir da mal ganz kurz davon aus, dass Christian wirklich da runtergesprungen ist. Das würde wieder darum bedeuten, dass er sich gegen seine Instinkte hätte durchsetzen müssen, weil wenn du dann wirklich im Wasser bist, das Wasser wird kalt gewesen sein, es wird jetzt auch nicht zu kalt gewesen sein, als dass man direkt in Schockstarre fällt, dann hätte er sich gegen seinen Überlebenswillen durchsetzen müssen. Das, obwohl direkt nebenan, neben der Brücke, Bahngleise waren. Warum hätte er sich ins Wasser werfen sollen, wo unklar ist, ob er wirklich stirbt und nicht vor die Bahn, wo er mit sicherer Wahrscheinlichkeit gestorben wäre? Also hier habe ich mir dann auch gedacht, er wird immer als hilfsbereit moralisch und selbstreflektiert bezeichnet. Vielleicht hat er sich gedacht, dass diese Selbstmordmethode nicht vertretbar gewesen wäre. Aber wenn er wirklich in einer manischen Phase vielleicht gewesen ist, weil er ist ja wirklich sehr plötzlich von der Party verschwunden, dann glaube ich nicht, dass man da in diesem Moment noch so genau drüber nachdenkt. Und da kommt ja noch die Frage zu, wieso sollte er seine Jacke ausziehen und seine Sachen dort platzieren, bevor er sich ins Wasser wirft? Also ich könnte mir das erklären, wenn er das bei den Bahngleisen gemacht hätte. Also hätte er seine Sachen dahin gelegt, seine Ausweisdokumente und so und sich dann vor die Bahn geworfen, weil dann sind die Leichen ja immer sehr schwierig zu identifizieren. Da gab es auch neulich einen Fall in Berlin, wo sich auch ein junger Mann umgebracht hat, seine Sachen dahin gelegt hat, um der Polizei im Nachhinein zu helfen, diesen jungen Mann zu identifizieren und die Familie zu alarmieren. Aber bei einem Sprung ins Wasser, egal wie manisch er war, muss er sich eigentlich vor Augen geführt haben, dass der Fluss fließt. Er wird nicht an dem Punkt gefunden, wo er reinspringt. Und dann macht diese Erklärung sehr wenig Sinn. Dazu kommt der Fundort, den hatten wir jetzt gerade schon angerissen, 15 Kilometer Fluss abwärts. Die Verletzungen waren so gut wie nicht vorhanden, also es gab fast keine Verletzungen. Und das ist merkwürdig, da lagen Steine, Äste, anderes Gerümpel im Fluss und trotzdem hat er keine Schürfverletzungen. Beziehungsweise, das hatte Max ja auch schon gesagt, die Quellenlage ist verwirrend, beziehungsweise die Familie wird oftmals damit paraphrasiert, dass es gar keine Verletzungen gegeben hat, aber es gab ja einige kleine. Und ja, das mit dem Wehr hatten wir jetzt auch schon mehrmals angesprochen, das ist auch mehr als komisch. Dazu kommt, das, was Max auch schon gesagt hat, das habe ich eben vergessen zu erwähnen, dass ja auch der digitale Fußabdruck von Christian Morgenstern genauer untersucht wurde. Es gab keine Suchergebnisse auf Depression, Selbstmord oder ähnliches. Und dann gibt es noch eine merkwürdige Gegebenheit mit der Jacke. Also die Jacke ist ja auf jeden Fall eins der wichtigsten Beweismittel mit den Ausweisdokumenten, die auch auf der Brücke gefunden wurden. Und es gibt eine Zeugin, die mit der Familie Morgenstern auch gesprochen hat, die sagt, dass sie die Jacke dort nicht gegen 8.30 Uhr gesehen hat, als sie dort entlang spaziert ist. Sie soll diese Zeugenaussage der Polizei auch schriftlich gegeben haben. Wobei man hier sagen muss, dass eigentlich die Quellenlage relativ klar ist und andere Zeugen die Jacke vorher schon dort liegen haben sehen. Vielleicht hat sie sich einfach mit der Zeit vertan. Vielleicht glaubt sie auch zu sehr an die Theorie der Eltern und hat deswegen die Information, ich möchte jetzt nicht sagen, dass sie eine Falschaussage gemacht hat, aber dass man ja eher in die Richtung argumentiert, an die man selber glaubt. Wie nennt man das nochmal, Max? Confirmation Bias. Bestätigungsfehler. Confirmation Bias, genau. Und ja, das hat die Familie natürlich weiterhin darin bestärkt, dass dieses Ganze, die Szenerie vor Ort auf der Brücke fingiert war. Der digitale Fußabdruck wurde ausgewertet. Was da aber noch zukam, ist der Versuch, am gleichen Morgen, also am 01.01.2019, sich in das Apple-Konto von Christian einzuloggen. Also willst du hier jetzt mal ganz kurz übernehmen, Max? Das hast du relativ gut erklärt, die Passage, die jetzt kommen wird, weil das ist eigentlich so die wichtigste Information, die in den privaten Ermittlungen der Familie herausgefunden wurden. Also du hast jetzt einzuloggen versucht gesagt und das beschreibt den Umstand eigentlich nicht wirklich, denn der Vater hat das selber hinterher so gesagt, es hat jemand versucht, die Apple-ID von Christian zu hacken. Und das passierte am Morgen des Verschwindens gegen 10 Uhr. Also zu einem Zeitpunkt, wo Christians Handy zuvor offenbar ausgeschaltet wurde oder keine Datenverbindung mehr hatte. Da hat jemand versucht, die Apple-ID zu hacken und der Vater, ich habe das gestern nochmal überprüft in dieser TVNOW-Doku auf der Streaming-Plattform TVNOW, der Vater sagt, es hätte jemand nicht nur an diesem Tag versucht, sondern auch in den folgenden Tagen. Das ist also wirklich eine sehr brisante Information, weil es ja darauf schließen lässt, dass irgendjemand Christians Handy hatte und zwar nicht Christian selbst. Denn er wüsste ja wahrscheinlich, wie er sich einzuloggen hat, was das Passwort ist und irgendjemand hat versucht, sich in das Konto einzuloggen und hätte dann Zugriff gehabt auf sämtliche Kommunikation von Christian, auf sämtliche Nachrichten. Ja, das war die erste Merkwürdigkeit. Die zweite Merkwürdigkeit, die noch viel gravierender ist und die die Familie auch erst bei Akteneinsicht erfahren hat, dass die Polizei offenbar im Januar schon ermittelt hat, dass Christians Handy versucht hat, sich am 2. Januar ins WLAN der Familie Morgenstern einzuloggen und nicht nur am 2. Januar, sondern auch am 7. Januar. Also zweimal. Und wir erinnern uns, ich hatte das gesagt, die Gerichtsmedizinerin hat den Morgensterns gesagt, Christian wäre am 1. oder 2. Januar verstorben. Ja, und am 7. Januar soll das Handy versucht haben, sich in das WLAN einzuloggen. Also erstmal ist das ja recht schwer in Einklang zu bringen und dann ist natürlich auch die Vorstellung äußerst geruselig. Wenn es nicht Christian war, dann muss irgendjemand direkt neben dem Haus der Morgensterns gestanden haben. Also die Morgensterns haben selber zunächst gesagt, ihrer Meinung nach hätte sich jemand mit dem Handy im Haus befinden müssen, aber bei dieser Dokumentation auf TVNOW, da wird das getestet vom anwesenden Reporter und das WLAN reicht offenbar bis hinaus vor das Haus. Und natürlich auch ganz wichtig, das hatte ich erwähnt, das Handy von Christian wurde bei der Leiche gefunden. Also wenn Christian am 1. oder 2. Januar verstorben ist und anschließend das Handy bei sich hat, aber gleichzeitig das Handy versucht hat, sich am 7. Januar in das WLAN einzuloggen, dann gibt es eigentlich nicht viele Möglichkeiten, außer, dass Christians Leiche entlang des Hauses transportiert wurde oder dass der Todeszeitpunkt der bestimmte nicht richtig ist, dass Christian noch im Leben war bis zum mindestens 7. Januar und selber mit dem Handy in der Nähe des Hauses war. Es gibt eigentlich bloß diese beiden Möglichkeiten. Vielleicht existiert ja auch die Möglichkeit, das hatten wir diskutiert im Vorfeld, Patrick, eigentlich müsste man wirklich mit einem Digitalforensiker sprechen in diesem Fall, weil es da so viele Fragen gibt, ob es vielleicht gar nicht stimmt, ob Christians Handy nicht versucht hat, sich am 2. und 7. Januar in das WLAN einzuloggen. Und wenn es nicht stimmt, sage ich mal, wie solch eine fälschliche Auswertung überhaupt zustande kommt, ob das möglich ist. Aber ich konnte nichts in dieser Richtung finden. Ja, ich leider auch nicht. Deswegen bleibt das leider offen. Ja, soll ich dann einfach nochmal alles zusammenfassen? Die Fakten, so grob ist es ja doch relativ viel Input. Auch wenn der Fall vielleicht etwas übersichtlicher als Tanja Gereff ist, ergeben sich mindestens genauso viele Fragen hier. Soll ich vielleicht die Fakten einfach nochmal zusammentragen, damit wir uns jetzt im Nachhinein unterhalten können, was Plausibles, welche Möglichkeiten es gibt? Ja, würde ich sagen, das ist sehr sinnvoll. Also, Christian ist laut Gerichtsmedizinerin am 1. oder 2. Januar durch Ertrinken gestorben und hatte dabei noch etwas Alkohol im Blut. Seine Leiche wurde 15 Kilometer flussabwärts gefunden und wies dabei keine oder zumindest wenige Verletzungen auf. Und offenbar ist sie irgendwie durch den Wehr gekommen, wobei sich niemand erklären kann, wie das passiert sein soll. Seine Jacke und nicht nur seine Jacke, sondern auch sein Basecap und sein Schal, das hatte ich, glaube ich, noch nicht gesagt, auch sein Basecap und sein Schal wurden gefunden auf der Brücke, seinen Studentenausweis, die Krankenkassenkarte und der Fahrzeugschein und auch der Schlüsselbund. Das wird alles auf dieser Fußgängerbrücke bei Fischendorf gefunden, an dem Punkt, wo die Polizei ja davon ausgeht, dass Christian ins Wasser gesprungen wäre. Bei der Leiche findet man das nagelneue iPhone 7, aber es fehlen das Portemonnaie mit 200 Euro, die IC-Karte und die Armbanduhr von Christian. Am Morgen des Verschwindens um 7.32 Uhr soll das Handy von Christian das letzte Mal eine Datenverbindung gehabt haben, kann also um diese Uhrzeit, 7.32 Uhr, 1.1.2019, kann das Handy noch nicht im Wasser gelegen haben. Dann um 10 Uhr am Morgen versucht jemand Unbekanntes, die Apple-ID von Christian zu hacken. Einen Tag später, am 2. Januar, versucht das Handy von Christian, sich in das WLAN der Familie Morgenstern einzuloggen. Dasselbe fünf Tage später, nochmal am 7.1., versucht das Handy wieder, sich in das WLAN einzuloggen. Also zu einem Zeitpunkt, als Christian laut Gerichtsmedizinerin bereits seit fünf Tagen tot war. Die Polizei geht von einem Suizid aus. Gleichzeitig hat Christians PC-Auswertung nichts dergleichen ergeben. Also es gab nichts, was irgendwie auf eine suizidale Absicht hätte schließen lassen können. Es gab keine Suchanfragen in der Richtung. Es gab keine Aktivität in Foren. Niemand aus seinem Umfeld hat etwas wie Depression wahrgenommen. Und Christian hat am Abend seines Verschwindens, oder besser gesagt am Vorabend, am Silvesterabend, seinem Vater noch zugesagt, dass er in den Urlaub mitkommen wollte, in den Sommerurlaub. Und wenn es überhaupt einen Grund gab, weswegen Christian hätte irgendwie depressive Verstimmungen gehabt haben sollen, oder weshalb es ihm nicht gut ging mental, dann wäre das wohl der Tod seines Freundes vier Monate zuvor in Leipzig. Ja, das sind die bekannten Fakten zusammengetragen. Und jetzt frage ich dich, Patrick, wenn wir von dieser These der Polizei ausgehen, es war ein Suizid, kannst du überhaupt eine Version des Abends rekonstruieren, die mit dieser These in Einklang zu bringen ist? Also wie ist das passiert? Alles vom Zeitpunkt, als Christian die Party verlassen hat, um 3.45 Uhr, bis zu dem Zeitpunkt, wo seine Jacke das erste Mal gesehen wird, das war ja je nach Quelle schon um 9 Uhr, manchmal auch etwas später, aber spätestens um 11.30 Uhr hat ja dann jemand die Jacke aufgehoben. Kannst du mir eine Version nennen, die diese Suizid-These irgendwie in Einklang mit den Fakten bringen kann? Da habe ich mir tatsächlich vorher sehr viele Gedanken drüber gemacht, weil ich finde es auch immer wichtig, dass man allen möglichen Thesen nachgeht. Und natürlich ist ein Fall immer spannender, wenn es kein Selbstmord ist, also es ist nicht despektierlich gemeint, sondern wenn es wirklich ein Verbrechen ist. Und deswegen habe ich versucht, das alles in Einklang zu bringen. Und man kommt bis zu einem gewissen Punkt, wo es möglich ist. Also gehen wir einfach mal davon aus, Christian hat die Party plötzlich verlassen, weil er echt richtig anstrengende letzte Tage hatte. Also er hatte eine LAN-Party, war Skifahren, Konzert. Auch Weihnachtstage mit den Eltern sind nicht immer ganz einfach. Dann ist er von der Party abgehauen, hatte den Plan, nach Hause zu gehen, hat es ja auch gemacht, weil er die Tasche am Carport abgestellt hat. Ist dann aber nochmal losgegangen, vielleicht um ein bisschen frische Luft zu schnappen, weil gerade wenn man so viele Eindrücke in den letzten Tagen hatte, kennt man es vielleicht selber auch, dass man, wenn man im Bett liegt, nicht direkt einschlafen kann, vielleicht noch Bilder im Gehirn rumfliegen, die man noch verarbeiten muss. Und vielleicht hat Christian sich dann dazu entschieden, loszugehen am Rewe vorbei, wo er auch noch gesehen wurde, ist an der Brücke vorbeigekommen. Und ja, dann kam vielleicht durch die Müdigkeit, durch den Alkohol der letzten Wochen, kann man ja schon fast sagen, vielleicht ein manischer Zustand zustande. Vielleicht war er plötzlich mega bedrückt, alleine auf dieser Brücke und hat aus der Situation heraus sich gedacht, ich bringe mich um. Vielleicht, weil das Leben, also manchmal macht es ja auch einfach keinen Sinn. Manchmal handelt man ja irrational, weil die Psyche eben nicht immer rational handelt. Wir werden von Emotionen gesteuert. Christian zieht die Jacke aus, legt seine ganzen Sachen dahin, dabei aber auch die Uhr, also wirklich alles, was er bei sich hat, Ausweis, Dokumente, EC-Karte, die Sachen, die auch später noch fehlen werden. Springt in den Fluss, treibt abwärts, er kommt irgendwie durch den Wehr und die Leiche wird später gefunden. Die Sachen, die du aufgezählt hast, die fehlen, weil er alles da liegen lassen hat und irgendjemand das geklaut hat. Dann kommen wir zu der Sache, die ich nicht mehr erklären kann. Das Handy. Weil nach meiner Theorie, die nur Sinn machen würde, in der Irrationalität an sich, dann hätte er ja auch sein Handy mit auf die Brücke legen müssen. Es würde noch Sinn machen, also es macht auf zwei Arten Sinn. Entweder hat der, das war noch irrationaler, als man es jetzt versucht zu erklären, er hat das alles beiseite gelegt, bis auf das Handy, ist in den Fluss gesprungen, wurde später gefunden. Oder Christian hat das Handy auch mit dort hingelegt und es wurde mit den anderen Sachen geklaut. Dann würde auch erklärt werden, warum jemand versucht hat, das Apple-Konto zu hacken. Vielleicht war es sogar jemand, der Christian kannte, hat dann versucht, es gibt ja so eine automatische Login-Funktion, wenn man im WLAN-Bereich ist, irgendwie ins Handy reinzukommen. Wer weiß aus welchen Gründen, das sei alles mal dahingestellt. hingestellt. Aber dann kommen wir zu der Sache, warum liegt das Handy später dann bei Christian? Und in der anderen Theorie erklärt sich nicht, wie es sein kann, wenn er das Handy mit in der Hosentasche hatte, als er von der Brücke gesprungen ist, warum sich das Handy noch im WLAN eingeloggt hat. Also so oder so kommen wir zu einem Zeitpunkt oder zu einem Zeitstrahl, der einfach keinen Sinn mehr macht. Egal wie man es versucht zu drehen, die Passage mit dem Handy macht keinen Sinn. Also oder hast du da irgendeine Theorie, die dann Sinn machen würde? Nein, also ich hatte das ja vorher schon erwähnt. Die Möglichkeiten wären bloß A, dass Christians Leiche am Haus vorbeitransportiert wurde oder zumindest jemand Christians Leiche zwischengelagert hat und das Handy zum Haus gebracht hat. Oder es war doch Christian selber. Dann ist natürlich die große Frage, wie plausibel ist es, dass jemand seine Sachen auf dieser Brücke platziert? Ja, seine, 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 eine Jacke, ich meine, es ist Silvester, es ist wirklich schweinekalt, ja, es liegt Schnee, das sieht man auch bei verschiedenen Dokumentationen und Bildern, platziert seine Sachen auf dieser Brücke und taucht dann sozusagen sechs Tage unter, begibt sich dann zum Haus, versucht sich dort unbemerkt ins WLAN einzuloggen und bringt sich dann doch um. Und, ich hatte ja gesagt, bei der Obduktion kam heraus, dass er auch noch einen geringen Alkoholwert im Blut hatte, also muss er entweder dauerhaft betrunken gewesen sein oder unmittelbar vor seinem Suizid sich dann nochmal betrunken haben. Ist das plausibel? Ich persönlich finde nicht. Du hast jetzt deine, deine These oder diese Rekonstruktion meiner Meinung nach noch gar nicht an dem Punkt angefangen, wo die erste Merkwürdigkeit beginnt und damit meine ich noch nicht mal dieses plötzliche Aufbrechen von der Party. Das kann man vielleicht irgendwie noch erklären, dass er vielleicht verstimmt war, also plötzlicher Stimmungswechsel und er hat einfach keine Lust mehr auf die Mitmenschen und ist nach Hause gegangen. Was merkwürdig ist, ist dieses Wiederlosgehen. Also er platziert seine Tasche zu Hause und geht wieder los. Das habe ich wohl versucht zu erklären, Mann. Okay, aber kannst du mir nochmal sagen, welche Gründe kann das haben? Er hat dann dann spontan doch Entschluss gefasst, sich umzubringen, aber erstmal seine Tasche nach Hause zu stellen. Nee, nicht mal nicht spontan, also aufgestanden, um sich umzubringen, sondern einfach spontan aufgestanden, weil du nicht schlafen konntest. Überleg mir, der hat vier, fünf Tage Lahnparty hinter sich und ich weiß nicht, ich hatte mal eine Zwei-Tage-Lahn. Ich konnte an nichts anderes denken, außer an Zocken, so verrückt, wie es auch klingt, aber die Bilder ist ja alles relativ hektisch. Die bleiben dir im Kopf hängen, dann hast du Silvester, Böller, lautes Geknalle. Das sind ja alles Reizüberflutungen, die dich nicht schlafen lassen, selbst wenn du dich dazu entscheidest, früher von der Party nach Hause zu gehen, umzuschlafen. Vielleicht hat er sich gedacht, ich mache einen abendlichen Spaziergang, um sich zu beruhigen. Das ist nicht plausibel und ich sage dir auch warum, denn man konnte ja das Zeitfenster rekonstruieren, in dem das alles hätte passieren müssen. Christian verlässt um 3.45 Uhr die Party, braucht ungefähr 8 Minuten nach Hause und als nächstes gibt es ja offenbar dieses Foto von Rewe, wir gehen einfach mal davon aus, dass er es ist. Christians Vater hat hinterher gesagt, dass Christian im Prinzip die Tasche abgestellt hat zu Hause und direkt wieder losgegangen ist. Also es gab, es kann demnach keinen Einschlafversuch gegeben haben, wenn wir zumindest mal voraussetzen, dass das, ja ich sage mal, schon mindestens eine Viertelstunde andauern würde, wenn jemand versucht einzuschlafen und aus Verzweiflung dann doch wieder spazieren geht. Dann wusste er aus Erfahrung, dass er nicht schlafen kann, weil er schon viele Alarmpartys hatte, viele Silvesterpartys, er wusste, dass er nicht direkt einschlafen kann und dachte sich, dann mache ich mir noch einen gemütlichen Abend, gehe ein bisschen spazieren und lege mich danach schlafen. Ich bin hier richtiger Advokat des Diaboli. Nee, es ist ja richtig, dass man auch für verschiedene Seiten argumentiert, sage ich mal. Im Endeffekt ist es ja so, wie du gesagt hast, egal wie man versucht, den Abend zu rekonstruieren, man wird früher oder später immer an diesen Punkt gelangen, wo sich das alles verläuft und das ist nämlich der Einlogversuch im WLAN. Das ist nicht in Einklang zu bringen, sage ich mal, mit den Erkenntnissen der Obduktion. Und wenn man sagt, naja, Christian war doch noch nicht tot am 1. oder 2. Januar, dann wird es verdammt schwierig, sein Verhalten irgendwie zu plausibilisieren. Also ich sage mal, dann erreichen wir einen Punkt, an dem wir sagen, naja, es ist nichts ausgeschlossen und es kann dies und jenes passiert sein und das ist bloß noch, ja, ich sage mal, Kaffeesatz lesen. Also wie plausibel ist es, dass er sich auf der Brücke befindet, dass er sämtliche Sachen ablegt, bis auf sein Handy, dass er dann ins Wasser springt, dabei keinerlei Verletzungen hat, die zumindest irgendwie Rückschlüsse zulassen, dass er wirklich von dieser Brücke gesprungen ist, dass er wirklich über einen längeren Zeitraum im Wasser lag und nicht irgendwie am Grund entlang geschleift ist, nirgendwo gegengestoßen ist, dass irgendwie dabei auch noch seine Uhr abhanden kommt und dass gleichzeitig jemand versucht, sich in die Apple-ID einzuhacken. Ja, also kann ich dir nur zustimmen. Das ist alles, nicht in Einklang zu bringen. Was ich mir gedacht habe, theoretisch eine Möglichkeit, du hast uns ja gesagt, dass Christian an Silvester mit der Freundin zusammen dieses ältere Pärchen nach Hause begleitet hat und die sind dabei auch über die Fischendorfer Brücke gegangen. Was vielleicht eine Möglichkeit wäre, ist, dass Christian, aus welchem Grund auch immer, die Party verlassen hat, vielleicht hat er schlechte Laune gehabt, war dann zu Hause, hat die Tasche abgestellt, wollte seine Sachen weglegen und hat dann gemerkt, dass sein Portemonnaie fehlt und hat sich gedacht, wo hat er das verloren und ist dann nochmal losgegangen, um es zu suchen und ist auch diese Streike abgelaufen bei der Fischendorfer Brücke. Und da ist dann irgendwas passiert. Das sagt noch nichts darüber aus, ob er vielleicht suizidale Absichten hatte, aber das würde zumindest erklären, weswegen er von zu Hause losgegangen ist. Aber auch da wieder die Frage der Plausibilität. Würde er dann einfach alleine da rumlaufen oder würde er vielleicht nicht nochmal über WhatsApp oder so mit Freunden schreiben, ah Mist, ich habe mein Portemonnaie verloren oder seine Freundin fragen kann, weißt du noch genau, wo wir langgegangen sind, ist dir irgendwas aufgefallen. Also das ist natürlich auch nur Spekulation, aber ich finde, wenn wir schon über die Selbstmordthese spekulieren und versuchen da wirklich Fakten irgendwie zusammenzufügen, die ja vielleicht nicht wirklich in Einklang zu bringen sind, dann können wir auch über die anderen Möglichkeiten spekulieren. Also vielleicht ja ein Umstand, der die Familie doch ja massiv aufgebracht hat, will ich sagen und den wir beide ja auch sehr seltsam fanden in den Vorgesprächen. Das ist eine Aussage der Polizei, nämlich, dass nichts gegen einen Suizid von Christian spreche. Und diese Aussage wurde getätigt zu einem Zeitpunkt, während die Ermittlungen noch liefen und während man noch nicht mal die Leiche gefunden hatte. Da hat die Polizei gesagt, es spricht nichts gegen einen Suizid. Und das fanden wir ja, ja auch, ich sag mal schon intuitiv, irgendwie merkwürdig, weil als Laie möchte man ja meinen, dass eigentlich so der Ausgangspunkt, eigentlich so die axiomatische Annahme, sag ich mal, im Ermittlungsverfahren ist, dass man nicht weiß, was passiert ist und, sag ich mal, versucht, Umstände oder Indizien zu finden, die für eine Sache sprechen. Also weist irgendetwas auf ein Suizid hin oder weist irgendetwas auf ein Verbrechen hin. Und nicht, dass man einfach sagt, die Ausgangslage ist prinzipiell Suizid und solange wir nichts anderes finden, dann war es halt so. Weil ich denke mir halt, egal was für ein Leben ein Mensch führt, man findet theoretisch im Nachhinein, wenn jemand verstirbt, wenn man wirklich möchte, findet man immer irgendeine Begründung, die einen Suizid erklären könnte im Leben eines jeden Menschen. Das heißt, also anders ausgedrückt, man kann es im Nachhinein immer sich alles so zurechtbiegen, um es als Suizid dastehen zu lassen. Das finde ich ziemlich schwierig. Auch in diesem Fall sollte es ja eigentlich so sein, wie gesagt, wir sprechen hier als Laien, dass man Indizien sammelt und daraus eine Theorie entwickelt und nicht umgekehrt eine Theorie hat und dann versucht zu schauen, welche Indizien kann ich finden und irgendwie fast schon mit Gewalt irgendwie zusammenfügen, um das alles plausibel zu machen. Und so ein bisschen wirkt das ja, also fast so ein bisschen wie, ich will sagen, die Umkehr der Beweislast beim Strafverfahren, dass jemand seine Unschuld beweisen muss und nicht, wie es eigentlich ist, dass ihm die Schuld nachgewiesen werden muss. Also warum muss man hier nachweisen, dass es kein Suizid war? Und besser gesagt, warum reichen die Indizien, die wir jetzt schon vorgetragen haben, die die Familie ja zum Teil selber ermitteln musste, weil es die Polizei nicht getan hat, warum reicht das nicht schon aus, um auch bei den Ermittlern, sage ich mal, das Ganze nochmal in Frage zu stellen? Also der bekannte Profiler, Axel Petermann, der hat auch bei der Dokumentation gesagt, wenn er der Leitner Ermittler wäre oder irgendwie was zu sagen hätte, dann würde er veranlassen, dass neue Ermittler angesetzt werden, dass der Fall nochmal komplett aufgerollt wird, dass man anfängt, an dem Punkt, als Christian die Party verlassen hat. Was ist da passiert? Gibt es irgendwelche Motive? Die Freunde sagen, ihnen wäre nichts aufgefallen, aber Christian hätte unter Zeitdruck gewirkt, als wenn er unter Zeitdruck gestanden hätte. Also die Frage, hat da vielleicht per Handy eine Kommunikation stattgefunden, eine Verabredung? Oder ist auf der Party selber irgendwas passiert, weswegen er gehen möchte? Das wissen wir nicht. Und man muss ja auch sagen, zu diesem Fall ist extrem wenig bekannt, es wird sehr wenig öffentlich kommuniziert, man findet extrem wenig Artikel, deswegen sage ich immer wieder, die beiden Referenzquellen sozusagen, auf die wir uns auch beziehen, das ist der Sternartikel von Annette Lache und halt diese Dokumentation auf der Streaming-Plattform TVNOW. Das sind im Prinzip die beiden Quellen, wo am meisten daraus hervorgeht. Und wenn man versucht, aktuelle Dinge zu finden, findet man eigentlich nichts. Und das ist ja auch der Grund, warum wir so spät auf die Information gestoßen sind, die wir jetzt lange zurückgehalten haben, aber die auch wichtig ist zu nennen, nämlich, dass der Vater von Christian Morgenstern im Mai diesen Jahres tot aufgefunden wurde. Ja, du hast es jetzt schon so formuliert, dass man da vielleicht direkt irgendwie ins Grübeln kommt. Also, wie du schon meintest, als wir uns entschlossen haben, diesen Fall Christian Morgenstern zu behandeln, man muss ja sagen, die Aufnahme heute, das ist der 3. Juni, das heißt, wir produzieren vor, als wir uns entschlossen haben, diesen Fall zu behandeln, da wussten wir noch nicht, dass nur knapp 2-3 Wochen zuvor der Vater von Christian auch verstorben ist und so wird es in den Artikeln kommuniziert, freiwillig aus dem Leben geschieden ist. Also, er soll von einem privaten Termin nicht nach Hause zurückgekehrt sein und einige Stunden später haben Polizisten dann seiner Frau, Susanne Morgenstern, die traurige Nachricht überbracht, dass Christian Morgenstern Suizid begangen hat. Aber genaueres wird dazu nicht gesagt und du meinst Dirk Morgenstern, der Vater, ja. Dirk Morgenstern natürlich. Genaues wird dazu nicht gesagt, also wie dieser Suizid ablief und ich denke, das muss man natürlich auch respektieren. Also, ich will mir gar nicht ausmalen, welches Leid die Familie empfinden muss jetzt auch, ja. Die Sache mit Christian noch nicht mal verarbeitet und wir hatten ja auch überlegt im Vorfeld, ob wir ja eine Interviewanfrage stellen, weil die Familie ja schon so gewirkt hat, als wenn sie da unnachgiebig weiter recherchiert. Dirk Morgenstern hat selber zuvor auch in Interviews gesagt, die Familie ermittelt selber auf eigene Faust weiter und sie hätte Hinweise, die ins Drogenmilieu deuten. Also, dass Christian da vielleicht doch in eine Sache hineingeraten ist. Wie gesagt, wir wollen selber nicht spekulieren. Zu sagen ist, dass Christians Vater natürlich schon in den Interviews auch mit den Tränen zu kämpfen hat. Das ist eine schreckliche Sache. Er war selber als Mitglied im Stadtrat, im Stadtrat, ja, für die CDU, war auch, ich glaube, im Vorstand einer Baufirma und ja, hatte natürlich schwer zu kämpfen mit dem Tod seines Sohns und ist jetzt vor kurzer Zeit selber aus dem Leben geschieden. Aber wie gesagt, wir wollen uns hier nicht anmaßen, da irgendwie zu spekulieren. Ja, ist einfach ein bisschen pietätlos. Ja, also, es macht keinen Sinn. Irgendwann vielleicht, wenn die Mama sich nochmal äußern sollte, kann man da vielleicht mal Fragen stellen, aber da muss man auf jeden Fall Zeit verstreichen lassen und deswegen haben wir uns dazu entschieden, da nicht wild herum zu spekulieren, weil man möge sich einfach nur mal vorstellen, einem selbst passiert sowas und dann hört man zwei Podcaster da wild herum spekulieren. Also das will niemand. Absolut. Dann vielleicht letztlich den Fokus nochmal auf Christian selbst richten. Diese These, die der Vater in Interviews zuvor geäußert hatte, die ich gerade genannt habe mit dem Drogenmilieu. Man liest immer wieder so, dass Leipzig, ja, der entscheidende Drogenumschlagsplatz für den gesamten Raum Ostdeutschland ist. Dass da offenbar die Drogen in das Land kommen. Leipzig hat ja auch einen Flughafen. Und dass das ein wichtiger Knotenpunkt wäre. Leipzig liegt auch bloß knappe 50 Kilometer, sind das glaube ich etwa, nordwestlich von Leis nicht entfernt. Das ist also nicht so weit weg. Und ganz wichtig, der Freund von Christian, der ja angefahren wurde, tödlich verletzt wurde, das soll auch in Leipzig passiert sein. Jetzt haben wir uns ja auch im Vorgespräch gefragt, Christian, dieser ominöse Kommunikationspartner von Christian, mit dem er über Marihuana gesprochen hat, war das vielleicht der Freund, der hinterher angefahren wurde, tödlich verletzt wurde? Das wird den Fall natürlich nochmal in ein ganz anderes Licht stellen. Ja, also man liest halt auch Erlebnisberichte im Internet, in Foren, wo Menschen schildern, sie kennen Leute, die wirklich im, ich will sagen, rudimentären Maße mit Drogen gehandelt haben. Das klingt immer so extrem verboten und kriminell, aber ich sag mal so, fast für den Eigenbedarf irgendwie mit minimalen Mengen Gras gehandelt haben und die anschließend Besuch bekommen haben von Leuten, die das halt nicht im geringen Maße machen und die gesagt haben, Leute, das ist unser Revier, wenn ihr das weitermacht, verliert ihr vielleicht einen Finger oder noch mehr. Also das hinsichtlich dieser These, dass Christian vielleicht doch in irgendetwas hineingeraten ist, aber es ist ja leider am Ende alles bloß Spekulationen. Ja, und bevor wir uns jetzt hier anfangen zu wiederholen, sollten wir, glaube ich, auch die Episode beenden. Ich glaube, wir haben den Fall sehr ausführlich beleuchtet, versucht, alle möglichen Theorien aufzuzeigen beziehungsweise, ja, Theorien auch in Frage zu stellen und auch versucht, Theorien zu bewahrheiten, indem wir Hinweise, Fakten da reinpressen. Und ja, ich glaube, ab dem Zeitpunkt würden wir einfach nur spekulieren oder uns wiederholen. Deswegen würde ich sagen, verabschiede ich mich. Ich gebe das letzte Wort an Max. Vielleicht ein sehr abrupter Abschied hier, aber Max. Ciao. Ja, liebe Leute, ich weiß, wir sagen das fast am Ende jeder Folge, aber wir meinen es insbesondere auch in diesem Fall wirklich so, wenn ihr selber gerne eure Meinungen äußern wollt zu diesem Fall. Was denkt ihr? Welche Thesen habt ihr? Was findet ihr plausibel? Was findet ihr nicht so plausibel? Dann könnt ihr das uns gerne mitteilen auf Instagram, dunkelkammer-podcast. Würde mich wirklich brennend interessieren. Es ist ein Fall, wir haben ja selber bei der Recherche auch gemerkt, der extrem brisant ist, unserer Meinung nach noch nicht wirklich abgeschlossen ist, aber gleichzeitig in den Medien relativ wenig Beachtung findet. Also gemessen an anderen Fällen, sage ich mal, bei denen das überhaupt nicht so ist. Also wenn ihr selber da auch etwas zu sagen habt, könnt ihr das gerne auf Instagram machen und damit verabschiede ich mich dann auch. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und dann hören wir uns hoffentlich in der nächsten Woche wieder.